Warum schnurren Katzen? Der wahre Grund, warum Katzen schnurren. Kurze Antwort. Können Katzen ihr Schnurren kontrollieren? Okay, warum schnurren Katzen? Sind Katzen wirklich glücklich, wenn sie schnurren? Man geht davon aus, dass das Schnurren teils freiwillig, teils instinktiv erfolgt. Forschungen haben ergeben, dass Katzen aus verschiedenen Gründen schnurren können und das leise Schnurren als Mittel der Kommunikation und als eine Form der Selbstberuhigung oder sogar der Heilung nutzen. Aus diesem Grund schnurren Katzen oft, wenn sie verletzt sind oder nach einem stressigen Ereignis. Schnurren. In vielen Fällen signalisiert das leise, sanfte Schnurren die Zufriedenheit ihrer Katze mit der Welt und ist ein hörbares Zeichen ihrer Zufriedenheit. Das Schnurren ist jedoch nicht immer ein Zeichen für Zufriedenheit. Manche Katzen schnurren auch, wenn sie hungrig oder gestresst sind. Können Katzen ihr Schnurren kontrollieren? Ja, Katzen können ihr Schnurren bis zu einem gewissen Grad kontrollieren. Das Schnurren wird in der Regel von Jungtieren erzeugt, obwohl es auch von erwachsenen Katzen unter günstigen, entspannten, freundlichen Umständen erzeugt werden kann, zum Beispiel beim stillen Schrägstrich säugen, bei der gegenseitigen Fellpflege, beim Werben oder bei angenehmer Annäherung. Warum schnurren Katzen und beißen dich dann? Sind sie auch verwirrt, wenn ihre Katze auf ihrem Schoss kuschelt, schnurrt, scheinbar zufrieden ist, sie sie sanft streicheln und alles harmonisch isst, und dann dreht sie sich um und beißt sie? Seien sie versichert, das ist nicht ungewöhnlich. Manche Katzenliebhaber nennen das einen Liebesbiss, andere nennen es Streichillaggression. Untertitelung des ZDF für funk, 2017